Gibt es Parkplatte? Bitteschön. Flugwasser wird hier gebaut, renoviert, die Asphaltdecke und da wird die Bahn in der Früh und neu gebaut. Das ist ein scheid, dass zwei Wochen lang wir von der Arbeitsplatte abgeschnitten sind. Wie ist daran gedacht, dass die Schulkinder in Schul kommen, gefahrlos? Gibt es denn eine Möglichkeit? Es gibt eine Zeit lang, das ist mit der GKB, die GKB haben uns das informiert, es gibt eine Zeit lang eine Möglichkeit, dass die Kinder drüber kommen, in der Zeit nämlich, wo die Bahnstecke komplett gesperrt ist. Aber nur solange die Grabungsarbeiten, es wird die GKB vor Ort sagen und in der Zwischenzeit muss man leider mit den Kindern umlaut umfahren, beziehungsweise der weitere Weg über die Eingangsstraße wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die mir ein muss. Wir haben ja die Möglichkeit geschaffen, vor zwei Jahren, Dieselkinderöffnung, dass die Kinder zum Dieselkinder runterkommen, unser Taxi anrufen, das führt zu unserem Busmobil, und die Kosten für die Gemeinden haben. Ist diese Möglichkeit für die Schulzeit auch möglich? Also wenn ihr das Busmobil unten bestellt gesammelt, dann könnt ihr heute, wenn ihr spontan die Gemeindenartssitzung erweitern wollt, und zwar, ich kann das nicht allein bestimmen, könnten wir jetzt beschließen, dass wir die Kosten ebenfalls für diese Zeit für das Busmobil übernehmen. Das ist natürlich ein super Vorschlag, wobei man natürlich jetzt sagen muss, die Organisation müsste von einem der Elternteile übernommen werden, weil ich weiß gar nicht, wer dort umsonst schulpflichtige Kinder hätte, die in die Schule müssen und um welche Uhrzeit. Das kann man sicherlich die Lehrer herausfinden, aber die werden weiß, wo die Kinder wohnen. Aber wenn du das Busmobil bekannt machen könntest, dann könnte man das heute im Offenblick bei der Erweiterung sorgen können, auch, dass wir das als letzten öffentlichen Punkt dazu nehmen, wenn das dann vollen recht ist. Ja, und wir werden dann zur Abschreibung bringen. Gäbe Spender, das organisiert, oder?